Es ist schön, zusammen zu frühstücken. Wie machen ihr gute Omelettes? Ich spreche jetzt aber nicht von Omelettes. Du hast mir gestern sehr gefehlt. Es war nicht auszuhalten bis heute Morgen. Du hast mir auch gefehlt. Es gefällt mir nicht auch nur ein Tag, von dir getrennt zu sein. Also hin und wieder muss ich schon noch nach Hause gehen und da einiges machen. Oder sind die Pflanzen zu versorgen und die Postmuss... Ich weiß, ich weiß, aber warum erledigen wir so etwas nicht zusammen? Oh, du möchtest einmal die Woche bei mir Hausmädchen spielen, ja? Ich möchte gern, dass wir zwei zusammen wohnen. Dann braucht keiner mehr wegzugehen, verstehst du? Und es wird auch langsam Zeit für dich. Lass uns zusammenziehen. Oh, hallo, ich wollte dich doch vom Büro aus anrufen. Ich weiß, entschuldige wegen der Unterbrechung gestern, aber in Johnnys Restaurant kann man nicht in Ruhe reden. Wie gesagt, es handelt sich um eine heikle Angelegenheit. Hör mal, ich würde sehr gern mit dir reden, aber ich kann nicht. Ich rufe dich wie vereinbart in der Mittagspause. Das ist keine Sache, die warten kann, Jeffrey. Oh, wenn es gestern nicht so dringend war, wieso sollte es jetzt auf einmal so dringend sein? Ich habe eine wichtige Verabredung. Die Verabredung, die ich für dich habe, ist weitkonstig. Du wirst nicht daran zweifeln, wenn du erfährst, um wen es sich handelt. Äh, wovon sprichst du eigentlich? Es wird dich schockieren. Ich weiß nicht mal, wie ich es dir überhaupt beibringen soll. Schieß einfach los, Mason. Wen soll ich treffen? Unsere Mutter, Jeffrey. Sie ist am Leben. Sie sind eine sehr hartnäckige junge Dame. Entschuldigung, aber mir bleibt nun mal nichts anderes übrig. Äh, Mrs. Conrad, das Leben eines Mannes ist in Gefahr. Wenn Sie nicht bereit sind auszusagen, bedeutet das vielleicht sein Ende. Und es gibt keine Garantie, dass das nicht der Fall ist, wenn ich aussage. Hören Sie, Sie haben jemanden gesehen, einen Mann, er ist weggelassen, kurz nachdem geschossen wurde. Das schon, aber ich habe nicht gesehen, ob der Mann auch wirklich aus dem Laser Palace gekommen ist. Also, wie kann meine Aussage Ihren Klienten entlasten? Vielleicht nicht entlasten, aber wenigstens könnten Sie einige Zweifel der Geschworenen ausräumen, Mrs. Conrad. Glauben Sie mir, ich weiß, wie Mason sich... Wissen Sie, er handelt in dieser Situation nicht wie ein Rechtsanwalt. Sie wiederzusehen, seine Mutter nach so vielen Jahren zurückzuhaben, das hat ihn einfach ins Schleudern gebracht und das verstehe ich. Es ist klar, er will Sie für Unannehmigkeiten jederart bewahren, verständlich. Aber er hat jeden Sinn für die Realität verloren. Wenn Sie nicht aussagen wollen, hat Cruz so gut wie keine Chance. Dann hat er überhaupt keine Chance. Reynolds, wenn Sie hier sind, wer zum Teufel ist auf dem Friedhof? Ich bin Assistent, wissen Sie, Petraski. Ich wollte nur mal nachfragen, wie lange wir nach dieser Gegend dort beobachten müssen. Aber selbstverständlich so lange wie nötig. Ich will genaue Informationen über jeden, der an Elenas Grabstätte auftaucht, verstanden? Ja. Sobald dort eine verschleierte Frau erscheint, melden Sie sich. Habe ich vollkommen verstanden. Gegebenenfalls müssen Sie sie auch verfolgen, unbedingt. Verstehen Sie das? Ja. Schön. Sie wissen Bescheid. Ja, Sir. Mrs. Capwell. Hallo. Tag, Schatz. Tag. Wer war das? Ähm, Reynolds. Er erledigt ein paar Aufträge für mich, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich ihn noch nicht zuvor gesehen. Arbeitet er im Hotel? Nein, nein. Oh, er gehört zur Rechtsabteilung, ne? Schatz, für mich arbeiten eine Menge Leute. Warum bist du so neugierig, was Themen getrifft? Na, weil du eben gesagt hast, du weißt schon, darum versuche ich ihn irgendwo unterzubringen. Das ist alles. Ach so, das ist wieder so eine Situation, wo du dich von mir unter Druck gesetzt fühlst. Machst du nicht ein bisschen zu viel daraus? Nein, ganz und gar nicht. So langsam gewöhne ich mich daran, einen Raum zu betreten und irgendein Gespräch, das du gerade führst, zum Schweigen zu bringen. Tatsächlich. Du sagst, du hast einen Grund. Einen guten Grund, mir zu verschweigen, was hier in letzter Zeit vor sich geht. Und ich versuche, das zu akzeptieren. Außerdem versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich dich ja liebe und dir somit vertrauen muss. Danke. Okay. Ich erwarte von dir eine Gegenleistung. Na schön. Was soll ich tun? Anfangen, wieder ein Mitglied der Familie zu werden. Und vor allem aufhören, solche Angst vor den Fragen deiner Frau und deinen Kindern zu haben. Weich uns nicht immer aus, Sissi. Fang damit an, Rücksicht auf unsere Gefühle zu nehmen. Also, eine Sache darfst du nie vergessen, mein Liebling. Das meine ich jetzt und das gilt für immer. Ich liebe dich. Genau wie meine Kinder. Was immer ich für meine Familie tue, es ist für sie nur zu ihrem Besten geglaubt. Das denkst du tatsächlich? Also, ich fühle mich schlecht. Was hätte ich denn davon einzuwilligen, wenn mein Sohn immer noch gegen diese Idee ist? Wenn ich ihre Unterstützung habe, können Sie und ich Mason gemeinsam überzeugen. Aber wenn er nun denkt, dass ich mich in ernsthafte Gefahr begebe, wenn ich vor Gericht aussage. Er sieht eine Gefahr, die gar nicht da ist. Sind Sie sich da sicher? Sehen Sie die Umstände? Ich lief im Dunkeln mit einem Schleier verhüllt in der Gegend herum. Die Geschworenen würden doch sofort denken, dass ich etwas zu verbergen habe. Ach was, das können wir erklären. Aber würde man mir glauben? Und würde man sich nicht fragen, warum ich nicht schon viel früher meine Aussage gemacht habe? Das können wir Ihnen klar machen. Wieso sollten wir dem Gericht nicht die Gründe erläutern, warum Sie in Santa Barbara anonym bleiben wollten? Mist, gut, wir werden ein bisschen Familiengeschichte offenlegen müssen. Aber Sie retten damit das Leben eines Mannes. Angenommen, die Geschworenen akzeptieren meine Gründe nicht und glauben, ich hätte mich verborgen, weil ich selbst etwas zu verbergen habe. Und weil ich entdeckt worden bin, habe ich einfach einen Mann erfunden, um den Verdacht von mir abzulenken. Wenn Sie unschuldig sind, haben Sie nichts zu befürchten. Ja, genau wie Ihr Freund, nicht wahr? Sie sagen, er ist unschuldig, aber mir scheint, als ob eine Menge Leute ihn in den Tod schicken wollen. Habe ich recht? Meine Liebe, ich würde sehr gern einem Mann helfen, der so hoch in Ihrer Achtung steht, dem Sie mit so viel Loyalität entgegenträgt. Aber glauben Sie mir, weder Sie noch ich können irgendetwas ausrichten, um meinen Sohn davon zu überzeugen, dass ich vor Gericht aussage. Sie will Dich sehen, Jeffrey. Sie hat mich gebeten, Dich mitzubringen. Sie ist, äh, unter dieser Adresse zu finden. Das kann nicht wahr sein. Ich verstehe das alles nicht. Aber es ist wahr, Jeffrey. Unsere Mutter lebt. Was ist das für eine Adresse? Wo ist das? Wir können zusammen dorthin gehen. Aber da ist noch was, Jeffrey. Niemand darf erfahren, wo sie sich aufhält und dass sie lebt. Nicht mal Kelly. Das ist verrückt, das kann ich Ihnen sagen. Und zwar wegen der Gerichtsverhandlung, Jeffrey. Uns besteht Gefahr, dass die falschen Leute davon erfahren. Vertrau mir. Na schön, wie du willst. Genug der Anweisung. Gehen wir. Da ist noch etwas. Was? Äh, es geht um ihr Gesicht. Weißt du, sie hat da ein Problem mit ihrer Haut. Sie ist in ärztlicher Behandlung und wenn sie geheilt ist, trägt sie einen Schleier. Einen Schleier? Ich sag dir das ja nur, weil es irgendwie unheimlich ist. Jedenfalls bist du darauf vorbereitet. In Ordnung. Lass uns auf. Du wärst schon weg. Tag, Mason. Tag. Na wunderbar, gehen wir zusammen. Ich muss nämlich auch... Äh, nein, Kelly, das geht leider nicht. Und warum nicht, bitte? Um 10.30 Uhr sollst du Sanders treffen. Ist schon ganz schön später für mich. Vielleicht kannst du für mich absagen. Was? Du willst nicht? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es hat sich da was ergeben. Ich kann es dir im Moment nicht erklären, aber ich muss woanders hin. Mach's gut. Bis später. Mason? Ich hab ne Frage. Was? Also für deinen Vorschlag, das finde ich merkwürdig. Auf einmal willst du mit mir zusammenziehen. Na ja, ich meine, vor ein paar Wochen, da hat man von Spaß und Freiheit geredet. Was? Dass du es, ähm, bitte ernst werden lassen willst. Hör mal, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wenn wir zusammenziehen, können wir doch viel mehr Spaß haben. Wir wären immer zusammen. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Wird so, ähm, diese, diese Idee hat nicht zufällig was mit TJ zu tun. Wie kommst du darauf? Was hat er denn... Ich möchte ja nur sicher gehen, dass du nicht versuchst, etwas zu beweisen. Oh nein, ich weiß nicht, was du meinst, denn TJ hat nichts mit uns zu tun. Okay, ich bin davon überzeugt, dass dein TJ, egal was passiert, dass ich gern wieder zurückhabe. Wenn du auch bitte eine Nacht ansprichst, in der ich in seinem Transporter war. Ich dachte, da ist er längst geklärt. Ist es auch, Leighton, davon spreche ich ja, verstehe mich nicht falsch. Ich meine, du brauchst nicht mit mir zusammenzuziehen, nur um mir zu beweisen, dass TJ aus dem Rennen... Kennt ich! Tut mir leid. Was? Ich will mit dir zusammenziehen, weil ich dich so oft wie möglich um mich haben möchte. Und falls du es immer noch nicht bemerkt hast, ich bin verrückt nach dir. Wie du willst, lass uns zwei Wochen, äh, gemeinsam Tag und Nacht verbringen und ich schwöre dir, dann wirst du mich satt haben. Ja, auf Ankommen. Gut, du hast nicht überredet. Hab ich's doch wieder mal geschafft. Ich muss nur noch überlegen, ob ich so ohne weiteres meine kostbare Privatsphäre aufgeben kann. Ach so, ist das. Ich warme dich, Capwell, du hast gleich das Messer zwischen den Rippen, wenn du kneifst. Alles klar, mein Lieber, du hast es versprochen. Schon gut, schon gut, ich packe meine Koffer. Ich bin ja so, leg dich nie mit einer Frau an, die bewaffnet ist. Oh Mist, was mach ich denn? Um halb elf gehen meine Prüfungen los. Entschuldige. Und daran bin ich schuld. Jack, tut mir leid, durch meine Paukerei hab ich dich die ganze Nacht wachgehalten. Ich hätte zur Bibliothek gehen können. Wenn du lernen musst, die ernst du gefälligst. Ja doch, besser in der Bibliothek. Nein, das geht nicht. Und wieso nicht? Na, weil du da nicht bei mir bist. Du sollst immer in meiner Nähe sein, vergiss das nicht. Okay. Am liebsten würde ich auch jetzt nicht gehen. Was soll's, ich muss. Wünsch mir Glück, okay? Na gut, viel Glück bei der Prüfung. Danke. Ruf mich an oder... Nein, erzähl's mir lieber, wenn du wieder da bist. Wie du willst, nur ich muss vorher noch bei Gina vorbei, um frische Wäsche abzuholen. Dann komm ich gleich nach Hause. Hör mal, ich kaufe uns ein paar Schränke. Ist doch verrückt, immer hin und her zu fahren, nur wegen ein paar Klamotten. Das ist in Ordnung. Ich mach's doch gern. Für dich. Bis nachher. Also dann. Mach's gut. Also, warum ich gleich an etwas bequemeren, vernünftigen, bezahlbaren, neuen Wohnung umsehen. Können Sie Pamela sehen? Ja, ich... Könnte ich Sie kurz sprechen? Julia, ich will meine Mutter wiedersehen und nicht hier rumstehen und nicht mit ihm... Bitte, Jeffrey, es geht um Cruise. Ich brauche Ihre Mutter als Zeugin unbedingt sogar... Mason will es nicht, vielleicht könnten Sie es versuchen. Sie haben doch sicher was mit Blick aufs Meer, oder? Ja. Ja, ja, sicher. Ein Schlafzimmer ginge. Noch besser wären allerdings zwei, um einen Arbeitsraum einzurichten. Oh. Gut, mal sehen, ob wir so lange warten können. Ich überleg's mir und ruf sie dann später wieder an, okay? Die Nummer hab ich. Danke, wiederhören. Das macht dir nichts aus, oder? Das andere Telefon war besetzt. Nein, absolut nicht. Suchst du eine Wohnung? Ja. Was heißt wir? Ich meine, ob wir so lange warten können, was heißt wir? Na, Laken und ich. Du meinst ihr beide? Ja, wir ziehen zusammen. Das ist irgendwie schwer zu glauben. Wieso? Raum, aus einer missglückten Beziehung heraus, stolperst du in die nächste, oder was? Moment mal, Dad, wir sehen das auch nur als eine Art Experiment. Nur nicht, dass du glaubst, dass ich den gleichen Fehler noch einmal machen würde. Wessen Idee war das? Ich weiß nicht, wir waren uns plötzlich beide darüber einig, dass wir zusammen sind. Also, ich wette, es war Lakens Idee, stimmt's? Dad, wen kümmert's, wessen Idee es war? Die Kleine hat nur eins im Kopf. Sie ist hinter dir her, seit sie wieder bei uns in Santa Barbara ist. Sie ist fest entschlossen, dich zu bekommen. Das hört sich an wie eine Art Jagdexpedition. Was denkst du denn, was das ist? Das Mädchen hat es geschafft, dass du deine Frau verlässt und hat nur im Sinn, dich zu heiraten. Sie ist raufend dran, dich zu überrumpeln. Du kennst Laken doch gar nicht. Na gut, sie wirkt, sie wirkt vielleicht ein wenig oberflächlich, aber in Wirklichkeit ist sie sehr empfindsam, Dad. Und sie würde alles für mich tun. Ich kenne die junge Lady seit ihrer Kindheit. Und ich weiß auch, woher sie stammt, Junge. Dad, hör sofort damit auf. Du weißt genau, wie ich über diese dumme Fede mit der Lockridge-Familie denke. Dieser Streit war mir egal, als wir Kinder waren, und er ist mir heute erst recht egal. Du hast gewonnen. In Ordnung. Bitte entschuldige. Du bist also fest entschlossen, okay? Okay. Tust du mir einen Gefallen? Das wäre? Zurzeit ist eine miese Stimmung in der Familie. Deine Mutter ist verzweifelt, nur wegen der Verhandlung. Rick ist weggezogen, sie hat das Gefühl, das alles zerbröckelt. Glaubt sie jedenfalls. Kann ich was dagegen tun? Ja. Wenn du willst, zieh ins Gästehaus. Du kannst mit Laken einziehen. Bleib einfach in der Nähe. Darüber würde sie sich freuen. In Ordnung. Ich werde es mit Laken besprechen. Wir überlegen es uns ganz bestimmt. Danke. Ich kann es einfach nicht glauben, als mir Mason von dir erzählt hat, wusste ich nicht, was ich fühlen oder denken soll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel ich dir und Mason gern erspart hätte. Wenn ich, wenn ich doch nicht... Du musst furchtbar gelitten haben. Verzeih mir. Als ich dachte, dass du dich umgebracht hast, da habe ich mich gefragt, was ich angerichtet hatte, was ich gesagt habe. Nicht, nicht. Nein, mein Liebling, bitte gib dir keine Schuld. Ich, ich habe aus einer Schwäche heraus gehandelt. Es war ein großer Fehler. Nein, nein, nein. Du warst krank, schwer krank. Du, du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Wir beide nicht. Überleg doch. Jeffrey, es gibt immer Hoffnung. Wie du siehst, bin ich am Leben und gesund. Also, was soll ich sagen? Ich habe großes Glück. Ich habe großes Glück, dass ich noch eine Chance erhalten habe. Dass ich jetzt meine beiden Söhne wieder sehe. Ich bin stolz auf euch. Was seid ihr für herrliche Männer geworden. Jeffrey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich euch vermisst habe. Ich habe so oft an dich gedacht. Jede Sekunde. Jeden Tag. Es gab so viele Stunden, die ich gern mit dir geteilt hätte. Als du nach Santa Barbara gezogen bist, da hatte ich solche. Du weißt nicht, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich diese Briefe schickte. In denen ich um Hilfe bat und nie eine Antwort erhalten habe. Ich habe zunächst Mason beschuldigt, bis ich dahinter kam, dass er nichts dafür konnte. Ich weiß es. Für eine Weile hatte ich großes Vergnügen daran, großes Vergnügen, mich an allen Kepur zu rächen. Dann habe ich Kelly kennengelernt. Sie hat alles verändert. Sie ist fantastisch, die wunderbarste Frau. Sie mir begegnet. Ja, wirklich, sie wird dir gefallen. Wir haben vor, zu heiraten. Ich kann nicht glauben, dass ich hier mit dir sitze. Und wir uns unterhalten. Ich glaube es ganz einfach nicht. Ich kann es auch noch nicht fassen. Oh, Jeffrey, Jeffrey. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich so glücklich zu sehen. Und jetzt bist du wieder da. So hätte es immer sein. Oh, mein Sohn. Ich bin so froh, dich wieder zu haben. Also, hier sind wir alleine. Hier kann uns niemand stören. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich, Kelly. Eine Überraschung? Ja. Oh, Mama. Hier. Süß. Oh, mein Gott, Mami. Dazu muss ich dir etwas erzählen. Sie ist etwas Besonderes. Dein Vater hat sie mir geschenkt, als er mich heiratete. Sie stammt von seiner Mutter, deiner Großmutter. Mom, das ist das Wundervollste, was ich je gesehen habe. Schau mal, wie sie glänzt. Ich weiß, aber sie glänzt nicht so schön wie der herrliche Schimmer in deinen Augen, seit du Jeffrey kennengelernt hast. Ach, Schatz. Weißt du, wie froh ich bin, meine Tochter so glücklich zu haben? Ja, ich bin glücklich, Mom. Ich freue mich so. Und ich liebe ihn mehr von Tag zu Tag. Ich weiß. Und er vergöttert dich. Ihr werdet ein fantastisches Paar abgeben, ihr beiden. Na, hoffentlich können wir euch dann nacheifern, Mom. Ja. Mir ist klar, dass es nicht immer perfekt war zwischen dir und Daddy. Aber seit ihr wieder verheiratet seid, ist eure Beziehung unantastbar, viel stärker als je zuvor. Ja, das hoffe ich sehr. Wieso? Stimmt was nicht? Nein. Nein, Engelchen. Weißt du, das ist so. Also manchmal, du wirst es in deiner eigenen Ehe erfahren, wirst du unsicher. Und dann fängst du an, dir so deine Gedanken zu machen. Ob denn euer Vertrauen zueinander noch da ist, weil du es aus dem einen oder anderen Grund vernichtest. Aber dann, auf einmal ist alles wieder gut und du gehst gestärkt daraus hervor. Hast du meine Gedanken gelesen? Was ist denn? Naja, gerade heute habe ich so eine Situation erlebt, Jeffrey. Er hatte was zu verbergen und war irgendwie komisch. Gar nicht so wie sonst, Mom. Trotzdem glaube ich fest daran, dass er einen guten Grund dafür hatte. Da bin ich ganz sicher. Wenn ihr aneinander glaubt, kann euch nichts geschehen. Und wenn du ihn liebst, Schätzchen, vertraust du ihm. Ich wette, ihr werdet ganz gut durchkommen. Ich liebe dich sehr, Mom. Mesmer. Kommt her, ihr beiden. Lasst mich euch anschauen. Erstaunlich. Obwohl wir jetzt zum ersten Mal als Familie zusammengekommen sind, finde ich alles so selbstverständlich. Wie ich dir gesagt habe, es ist alles bestens. Ich wollte immer, dass ihr beide zusammen aufwachst. Als Brüder. Umso mehr hoffe ich, dass ihr das jetzt nachholt. Oh, wir werden sehen. War Mason? Mutter Mason hat mir erzählt, dass du als Zeugin für Cruz Castillo aussagen sollst. Das muss ein Irrtum sein. Du hast doch nichts damit zu tun, oder? Ja, das ist so. Ich war zur Tatzeit an dem Ort, wo der Mord geschah. Aber ich habe nicht gesehen, wer sie umgebracht hat. Moment mal, was hast du denn da gemacht? Ich war in jener Nacht um Elena besorgt. Du kanntest Elena Niklas? Sie war meine Tochter. Was? Sie war unsere Schwester? Dr. Niklas hat es mir vor ein paar Tagen erzählt. Schwer zu glauben, nicht? Ich dachte, dass sie das Kind von Alex Niklas war. Du warst mit Alex verheiratet, bevor du Vater kennengelernt hast? Nein, Jeffrey, wir waren nie verheiratet. Aber Alex hat Elena großgezogen. Das sind für dich viele Neuigkeiten auf einen Schlag. Es tut mir so leid, Jeffrey. Alex hat mir ein Wort davon gesagt, nur dass ihr Freunde wart, dass er dich kannte. Doch davon hat er nie etwas... Er hat mir deutlich klar gemacht, dass Elena nicht wollte, dass er was davon erzählt. Mason, sie hat versucht, dich zu töten, ihren Bruder. Es gibt keine Erklärung dafür. Liebling, sie wusste nicht, was sie tat. Sie hatte den Verstand verloren, sie war krank. Auch wenn es so war, das kann ja wohl keine Entschuldigung sein. Nein, jede Frage führt uns zu einer neuen Frage. Hör zu. Wir schaffen es nicht, heute alles zu klären. Das ist unmöglich. Aber ich denke, wir werden noch genügend Zeit dazu haben, jetzt, wo wir zusammen sind. Ich muss jetzt leider zu meiner Verabredung mit Julia. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Nein, vielen Dank, aber sie war vorhin hier. Julia? Ja. Sie will unbedingt, dass ich aussage. Wieso denn? Du hast doch nicht gesehen, wer Elena getötet hat. Sie hat gesehen, wie jemand den Ort des Verbrechens verlassen hat. Wir wissen nicht mal, ob die Person darin verwickelt war, aber Julia glaubt, es ist ein Beweis. Du willst nicht, dass sie aussagt? Ich will Mutter nicht in die Situation bringen, dass der Verdacht auf sie gelenkt werden könnte, denn die Gefahr bestünde durchaus in diesem Fall. Ja, stimmt Mutter, Mason hat recht, wir sollten es gar nicht erst so weit kommen lassen. Na, jetzt siehst du, warum wir ihren Aufenthalt hier geheim halten müssen. Wenn nämlich die falschen Leute erfahren, wo sie ist, bekommt sie eine Vorladung verpasst, der sie dann Folge leisten muss. Hey! Keine Verhandlung heute Morgen, Sitz? Heute nicht, Leiner. Erst morgen wird uns wieder die Hölle heiß gemacht. Läuft wohl nicht so glatt mit Crews, hm? Es wäre schon nützlich, wenn mein Partner und ich darüber einig wären, wie man in diesem Fall vorgehen kann. Aha. Stell dir mal vor, Mason, ein fabelhafter Jurist, jetzt wirft er all seine fachlichen Instinkte geradewegs aus dem Fenster. Er hat immer behauptet, imstande zu sein, Gefühle aus dem Gerichtssaal herauszuhalten. Und jetzt macht er genau das Gegenteil, indem er eine reingefühlte, die Entscheidung trifft, Leino. Warte, ich kann dir nicht recht folgen, du musst schon etwas... Nee, ich darf nicht über die Einzelheiten sprechen. Ich weiß nur nicht, wie lange ich es noch mit ihm aushalten soll, wenn ich es nicht schaffe, ihn zu überzeugen. Also, wenn du es nicht schaffst, ja, wer denn sonst, Jumia? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, wir sind ein perfektes Team. Wir lieben unsere Arbeit, wir tun sie beide sehr gern. Doch dann passiert so etwas und er wird zum starrköpfigsten Menschen der Welt und ich kann nichts tun, um seine Meinung zu beeinflussen. Tatsächlich? Hättest du was dagegen, wenn ich hier mal kurz den Anwalt spiele? Wozu? Weil ich höflichst bemerken möchte, Miss Wainwright, dass sie diese Qualitäten von Mason Capwell nicht überraschen dürften. Vorausgesetzt, dass sie wirklich ehrlich mit sich selbst sind, zugeben müssen, dass vielleicht gerade diese Qualität von Mason Capwell der Charakterzug ist, der sie am meisten herausfordert. Ja, mehr als das. Ich würde darüber hinaus behaupten, dass es genau das ist, was sie am meisten anzieht. Wie lautet die Antwort der Zeuge noch diese Frage? Vergiss es. Ich verweigere die Aussage. Hey, hey, hey. Tja, ich weiß nicht, wenn es dir gefällt, nicht schlecht. Nein, Ted, es gefällt mir nicht, jedenfalls nicht richtig. Ist zwar ganz gemütlich, aber es muss nicht gerade das sein. Ich habe einen Vorschlag, was wir machen können. Na los. Also, das Gästehaus, das auf unserem Grundstück steht, weißt du, das ist komplett eingerechnet und ziemlich groß. Groß genug für zwei. Ich weiß. Tja, dass Hayley und ich da gewohnt haben, stört dich nicht. Ach nein. Sei bitte ehrlich. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn es dich stören würde. Das ist mir egal, macht mir nichts aus. Ich schätze nur, dass mein Vater von dieser Idee nicht begeistert sein wird. Dein Vater? Warum? Wir sind praktisch direkt nebenan. Nicht deswegen, sondern weil es einfach Eigentum der Keppels ist. Es ist dumm, ich weiß. Ach, was soll's. Los, gehen wir ins Schlafzimmer. Na, komm schon. Also ins Schlafzimmer. Weißt du, was ich gut finde? Hey! Sieh dir das mal an. Da sind wir schon. Pass auf. Darf ich sie jetzt abnehmen? Ach, bitte. In Ordnung. Mason, bitte geh doch noch nicht. Ich komm bald wieder, Jeffrey auch. Du hast gehört, was er gesagt hat. Ja, aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, ist es unerträglich für mich, wenn ich nicht weiß, wo er steckt. Du hast es über Jahre ertragen, Mutter. Warum hast du mich bei meinem Vater gelassen? Ich hab darauf gewartet, dass du mich das fragst. Ich wäre lieber bei dir aufgewachsen. Aber ich war doch noch so jung. Sissi hatte alles. Geld, Macht, Einfluss. Ich war davon überzeugt, dass er dir ein besseres Leben bieten würde. Ich hatte doch nichts. Aber du hast mich geliebt. Oh ja. Ja, ich habe dich geliebt. Du warst mein erstes Kind, mein Baby. Und ich werde nie wieder eine so starke Liebe verspüren, wie damals bei dir. Er hat mich nicht geliebt, verstehst du? Er hat mich überhaupt nicht gekannt. Warum sagst du sowas? Weil es die Wahrheit ist. Ich war erst vier, aber ich konnte es in seinen Augen sehen. Damit hast du mich allein gelassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war so jung und so dumm. Du wirst mir wohl nie verzeihen. Und das kann ich verstehen. Ich habe dir vergeben, als ich dich sah. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, es tut mir leid. Weil ich damit angefangen habe. Was passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Darum lass es uns vergessen. Aber du hast dich all die Jahre so verraten gefühlt. Wir werden nie wieder darüber reden, Mutter. Wir fangen von vorne an. Und zwar jetzt. Wir fangen ganz von vorne an. Guten Tag, ich bin Rose Galloway, Immobilienmatlerin. Hallo, Ihre Stimme kenne ich ja nun schon. Also dieses Haus ist zu vermieten. Ja, mit einem fantastischen Garten. Es hat ein Schlafzimmer mit Terrassenfenster und riesige Schränke, wo wir alles unterkriegen. Äh, sieh dich einfach um. Jake, das ist ja ein wundervolles Haus. Oh, noch mehr als das. Es ist vor allem preiswert, denn Mr. Lofrid ist, was dieses Haus betrifft, ausgesprochen großzügig. Los, ich zeig Ihnen mal den Garten. Den Garten? Ja. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Dad das Haus vermieten will. Was hast du denn vor? Weiß ich auch nicht. Laken, wenn du hier wohnen willst, dann sag es doch deinem Dad. Er kann ja mit der Maklerin sprechen. Ich bin sicher, dass es da keine Probleme gibt. Das kann ich nicht übers Herz bringen. Die beiden scheinen das Haus zu mögen. Tja, also ich weiß nicht, das ist deine Entscheidung. In Ordnung. In Ordnung was? Zeigen Sie mir Ihr Gästehaus, Sir. Willst du wirklich? Ja? Ja, ich will wirklich. Eine Lösung, mit der jeder zufrieden sein kann. Na gut, also ich bin's auf jeden Fall. Hallo. 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 Nicht, dass jemand hier ist. Ja, das ist unsere Immobilienmaklerin. Ich bin nur rübergekommen, weil ich dachte, da wären noch Sachen in den Schränken. Da Daddy ja das Haus angeboten hat, dachte ich, ich räume sie mal aus. Aber das hat schon jemand anderes erledigt. Aha. Tja. Also dann seht euch einfach etwas um. Vielen Dank. Das Haus gefällt mir sehr. Werdet ihr einen ziehen? Äh, ja, wenn es Ihnen gefällt. Ich finde, er ist großartig. Wir nehmen es. Na, dann ist die Entscheidung gefallen. Oh, wunderbar. Ich hab den Mietvertrag im Auto. Ich bin gleich wieder da. Okay. Also dann, herzlichen Glückwunsch. Danke. Kann sein, dass wir Nachbarn werden. Nachbarn? Ja. Laken und ich haben vor, vielleicht ins Gästehaus zu ziehen. Das ist ja gleich hier in der Nähe. Was für ein Zufall. Ihr könnt jederzeit rüberkommen und euch Zucker leihen, wenn ihr wollt. Also, ihr werdet euch hier ganz bestimmt wohlfühlen. Ja. Wie Laken schon gesagt hat, wenn ihr irgendetwas braucht, schreit einfach rüber. Danke. Nett von euch. Gehen wir. Wir sehen uns dann noch. Macht's gut. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Meinung nicht geendet? Meinung nicht geendet. Petraski, hier Reynolds. Die ist gerade aufgetaucht. Sie ist im Begleiten. Behalten Sie sie im Auge. Ich kümmere mich um ihn. Sie ist. Halt! Werben Sie! Ich wollte Sie nicht verscheuchen. Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Elina, das soll ein Ort der Ruhe und des Friedens sein. Und ich frage mich, ob du endlich etwas, etwas Ruhe und Frieden am Ende deines jungen Lebens herausgefunden hast. Habe ich denn Frieden gefunden? Ich habe so viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Entschuldigen Sie, Sir. Ähm, ich muss Sie sofort mitnehmen. Kommen Sie. Reden Sie mit mir, was zum Teufel wollen Sie? Hey, hören Sie. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich tue's glatt. Du warst aber lange weg. Entschuldige, ich wusste nicht, dass es so lange dauern würde. Gab's im Büro etwas Schwierigkeiten? Oh, sei froh, Sanders ist nicht da gewesen. Ansonsten war nicht viel zu tun, also war ich heute bei Mom. Oh, ähm, wie geht es ihr? Ganz gut. Das ist schön. Wo gehst du hin? Was zu essen holen. Ich habe heute noch kein Mittag gegessen, Kelly. Du willst tatsächlich rausgehen, ohne mir zu sagen, wo du warst? Ich kann's dir nicht sagen. Ich kann nicht. Ich weiß, dass das alles sehr merkwürdig klingt, aber... In der Tat merkwürdig. Ich kann dir nur immer wieder versichern, dass ich dich liebe. Und gerade jetzt erwarte ich von dir, dass du mir vertraust. Weißt du noch, wir haben uns mal versprochen, dass es zwischen uns keine Geheimnisse geben wird. Ich weiß, ich weiß, und es wird bestimmt nicht lange ein Geheimnis bleiben. Ich verspreche dir, soweit ich kann, erzähle ich es dir und dann wirst du überrascht sein. Äußerst angenehm überrascht. Woher willst du das wissen? Weil es mich sehr glücklich gemacht hat. Deswegen, Kelly. Na gut, ich versuche, das zu verstehen. Spann mich nicht zu lange auf die Folter. Hallo, Alex. Schön, dass Sie gekommen sind. Was wird hier gespielt? Nun, wie ich hörte, hat heute eine richtige Party an der Grabstelle Ihrer Tochter stattgefunden. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Davon, dass Sie nicht allein dort waren. Sie wissen schon, die Frau mit dem Schleier. Sie haben mit ihr geredet. Wer war sie? Keine Ahnung. Machen Sie mir nichts vor. Sie haben sie doch angesprochen. Ja, das habe ich, aber dann leg sie weg. Reynolds, das war, als Sie und Ihr idiotische Assistent Sie verloren haben. Sie gehen wieder zurück zum Friedhof und halten die Augen offen, okay? Was ist denn daran so interessant, Sissi, dass Sie das Grab unserer Tochter überwachen? Ein Mann steht für den Mord an ihr vor Gericht, dem ich glaube, dass er unschuldig ist. Und für den Fall, dass vielleicht derjenige, der es getan hat, dort auftaucht. Hören Sie auf, Sissi. Hören Sie auf zu lügen. Sie dürfen jetzt gehen. Ich glaube schon, dass Sie die Frau finden wollen, aber nicht, weil Sie sie des Mordes verdächtigen. Wer, glauben Sie, ist sie? Ich muss Ihre Frage nicht beantworten. Hören Sie. Ich muss sie nicht mal anhören. Ich drohe niemandem. Ich habe keine Schläger-Truppe. Sehen Sie, ich arbeite nicht so wie Sie. Ich frage mich, was Sie überhaupt noch in Santa Barbara machen. Ihre Forschungen sind in Misskredit geraten. Ihre einzige Tochter ist tot. Warum sind Sie überhaupt noch hier? Jemand muss Sie im Auge behalten, Sissi. Jemand muss dahinter kommen, wieso es für Sie so verdammt wichtig ist, eine tote Frau rund um die Uhr zu bewachen. Sehen Sie, ich habe eine neue Aufgabe. Deswegen werde ich nicht gehen. Der Zustand ist nicht gerade tip-top, ehrlich gesagt. Wovon sprichst du? Ich finde es hier bezaubernd. Und der Garten, der ist doch fantastisch. Der Garten? Der Garten ist voller Unkraut. Nicht mehr, wenn ich damit fertig bin und Tomaten und Mais gepflanzt habe. Und schau dir die großen Schränke an. Genau das, was wir wollten. Und wenn das hier nicht zielvoll ist, was dann? Nichts für dich. Vielleicht steht er dir. Jake, schau mal hier. Was ist das? Ein Teleskop? Ich warte, dass es nicht funktioniert. Ich glaube schon. Mal sehen. Und ich weiß auch, wie es funktioniert. Hey Jake, jetzt kann ich das Meer sehen. Du meine Güte, was für eine Aussicht. Du kannst sogar das Käpte-Gästehaus sehen. Was für eine Aussicht. Ah, sieh nicht die ganze Zeit raus. Hier drin gibt es doch genug zu sehen, oder etwa nicht? Ja, ich weiß nicht mal sehen. Was steht denn da für ein netter Kerl mitten in meinem Wohnzimmer? Ich will auch was sehen. Hey. Wow, Mann, ist das ein hübsches Mädchen. Unbeheuerhaft. Bloß, sie ist so weit weg. Wie soll ich denn nur zu ihr gelangen? Nur eine optische Torschung. Sie ist nah genug zum Anpassen. Keine schlechte Idee. Oh, Tag. Jeff, in diesem Moment habe ich daran gedacht, Sie wollen doch nicht einfach alles aus den Händen fallen lassen und so früh gehen, Alice. Hallo. Na ja, ich arbeite nur noch sehr unregelmäßig, seit Elena tot ist. Entschuldigung, waren wir verabredet? Bin ich zu spät gekommen? Nein, wir waren nicht verabredet. Ich wollte nur mal so nach Ihnen sehen. Ich wollte nur fragen, wie es so läuft. Danke. So nette Anteilnahme kann ich im Moment gut gebrauchen. Ja, nun, wir haben vor einiger Zeit Freundschaft geschlossen, als Sie mir erzählt haben, dass Sie meine Mutter kannten. Eine bemerkenswerte Frau. Haben Sie ihr jemals etwas anvertraut? Denken Sie nach. Was? Was meinen Sie? Ich verstehe nicht, worauf Sie... Waren Sie vielleicht so nah, dass Sie ihr etwas anvertraut haben, was Sie sonst keinen Menschen erzählt hätten? Sicher. Ja, natürlich, aber warum... Weil Sie sehr verschlossen sind, Alex. Sie sagen, Sie sind mein Freund, Alex. Doch ich wusste nicht, dass Sie eine Tochter hatten. Das weiß ich erst, seit Sie tot ist. Warum, Alex? Jeffrey, sehen Sie, Sie wollte einfach nicht, dass irgendjemand erfährt, dass wir miteinander verband sind. Das war eine irrationale Bitte, aber sie hat sich gegen Ende nur noch so irrational verhalten. Jeffrey, ich habe da mitgespielt. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich tat es. Bitte, das ist... Das ist keine Geringschätzung. Ich würde Sie nie ver... verletzen wollen. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Sie waren immer wie ein Sof für mich. Oh ja, ja, das sagten Sie sehr oft. Es stimmt. Gut, ich muss los, wir sehen. Jeffrey, was ist... Es ist nichts. Gar nichts. Auf Wiedersehen, Alex. Geht es irgendwo hin? Richtig, ich gehe irgendwo hin. Zu dem Wohltätigkeitsessen. Ich habe dir schon davon erzählt, wir können nicht absagen. Das tut mir leid, ich habe es vergessen. Ich habe dich daran erinnert, heute Morgen. Es sah aus, als hättest du mir zugehört. Wie dumm, das anzunehmen, nicht wahr, Cici? Sophia! Ach, weißt du, ich tue einfach alles. Ich bin sehr bemüht. Wie kannst du es wagen, mich so zu behandeln, weil dich etwas bedrückt, anstatt es mir zu erzählen. Aber keine Angst, ich werde dich nicht noch einmal danach fragen. Und habe keine Angst, dass du Rechenschaft ablegen musst. Ich verlange nur eins, dass du mich wie einen erwachsenen Menschen behandelst. Verzeih mir aber, ich bin in einer sehr schwierigen Lage. Du machst es dir wieder sehr leicht. Sophia, geh bitte nicht. Wir haben eine Menge Verpflichtungen, ob es dir nun passt oder nicht. Und ich denke, wenigstens einer von uns sollte das berücksichtigen. Ach, in Ordnung. Auf, ist doch egal, wo wer sitzt. Hier fange ich noch an zu schieben. Liebling, beruhige dich. Es ist sehr wichtig, die Leute richtig zu platzieren. Ganz besonders bei einer Hochzeit. Weißt du, sowas muss man arrangieren. Wie Musik, um falsche Töne zu vermeiden. So fühlt man sich also, wenn man eine Sinfonie geschaffen hat. Ich gehe das Dinner bestellen, bevor ich hier noch völlig verrückt werde. Ist gut. Oh mein Gott, um Himmels Willen. Ich hätte doch fast Tante Vinona vergessen. Wer in der Welt ist Tante Vinona? Eigentlich ist sie meine Großtante. Sie lebt in San Francisco und wir sehen uns nicht allzu oft. Aber sie ist wundervoll, Jeffrey. Und sie ist eine fabelhafte Künstlerin. Sie war übrigens diejenige, die mich dabei unterstützt hat, auf die Kunsthochschule zu gehen. Lass mich auf die Liste schauen. Zeig her. Auf die Liste, lad sie einfach ein. Es mangelt doch nicht an Plätzen, oder? Aber ich will, dass sie einen guten Gesprächspartner in der Nähe hat. Wieso stellst du dich so an, Jeffrey? Ich stelle mich doch nicht an. Ich sehe nur nicht ein, wegen der Sitzordnung einen Riesenwirbel zu machen. Bitte schön. Vielen Dank. Das habe ich doch ganz anders gesagt. Mama sollte neben Hugh sitzen, aber ihr Name fehlt hier. Du hast ihn doch nicht ausradiert, oder? Nein, warum sollte ich denn ihren Namen ausradieren? Weiß nicht. Vielleicht, weil du ein bisschen verwirrt bist? Ich bin nicht verwirrt. Nur weil ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe? Du hast ständig deine Meinung geändert und mich radieren lassen. Erst links, dann rechts. Hast du einen Platz für Tante Winona gefunden? Ja. Gut. Dann kann ich ja jetzt das Dinner bestellen gehen. Bin bald zurück. Der Mond scheint und schwindet. Der Flieder erblüht und stirbt. Im Meer ebben und fluten die Gezeiten. Schiffe fahren in die Ferne und Schiffe kehren heim. Schiffe gaben ihr letztes und hörten auf zu sein. Du kannst meine Mutter nicht ohne meine Erlaubnis vorladen, Julia. Ich werde das tun, was ich moralisch für richtig halte. Unsere Stärke besteht darin, dass wir zusammenhalten. Als Anwaltspartner müssen wir in jeder Kleinigkeit übereinstimmen. Wie stellst du dir das vor, wenn wir uns nicht einig sind? Wir schließen einen Kompromiss. Da gibt es keinen Kompromiss. Pamela geht entweder in den Zeugenstand oder nicht. Da gibt es kein Dazwissen. Wir gewinnen auch ohne sie. Hör zu, als Crews Anwältin fühle ich mich verpflichtet, eine optimale Verteidigung für ihn vorzubereiten. Und dazu schöpfe ich alle Möglichkeiten aus. Wie ich den Fall einschätze, schließt optimale Verteidigung die Aussage deiner Mutter mit ein. Verstehst du? Das schulde ich meinem Mandanten. Und ich schulde das umso mehr einem Mandanten, der mir zufällig auch noch ein aufrichtiger, treuer Freund ist. So werden wir uns nicht einig, Julia. Ich akzeptiere es nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Zieh dich auf den Fall zu. Weil du nicht die Interessen deines Mandanten siehst. Sonst zwingst du mich dazu, den Richter zu ersuchen, dich vom Prozess auszuschließen. Das war es nicht. Ich hoffe, es geht um zu. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!